Damit lösen wir uns aus der Abhängigkeit zu anderen. Dazu gehört auch, dass wir uns als Frau davon unabhängig machen, was andere zu unserer Lebendigkeit sagen. Dieses Lösen aus der Erwartungshaltung an andere bringt uns neue Energie und Freude an der Eigenständigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Den Verlust unserer Vitalität spüren wir immer in Zeiten, in denen wir zu einseitig leben. Das Organisieren des Familienalltags oder die Anforderungen im Beruf oder die Vereinbarkeit von beidem können so viel Einsatz kosten, dass wir für andere Bereiche keine Energie mehr haben. Dann fehlt uns die Vielseitigkeit und irgendwann leidet die Zufriedenheit. Wenn solche Zeiten einseitiger Belastung zu lange andauern, dann bleiben viele Bereiche unserer weiblichen Lebendigkeit ungelebt. Unsere unbeschwerte und spielerische Seite, die zu unserer Vitalität gehört, hat keinen Platz mehr. Wir können uns dann in verschiedenen Situationen fragen, fühlt sich das jetzt rot und kraftvoll für mich an oder bin ich hier grau und energielos? Was muss ich verändern, wenn ich hier mehr Farbe und Energie bekommen will? Das Funktionieren müssen in der Arbeitswelt bestimmt heute auch viele Frauen. Diese Welt ist oft von männlichen Kriterien geprägt.